Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In vielen Kantonen der Schweiz wird am nächsten Sonntag Samichlaus gefeiert. Mit allem, was dazugehört, langen Bart, grossen Sack, Fitzen, vor allem aber natürlich Geschenke, wie sie jetzt in allen Kuhbläden in vielfältiger Art parat sind. Samichlaus, die am nächsten Wochenende auf Piste müssen, wissen also, wo sie sich mit allem Notwendigen eindecken können. Wer für den Samichlaus schon etwas zu gross ist, kann sich ja selber mit etwas Süsses verwöhnen. Die Gelegenheit ist günstig, verschiedene Praline sind jetzt nämlich zum Aktionspreis erhältlich. Ebenfalls zum Aktionspreis offerieren wir Ihnen den Espresso Premio. Sie kennen ihn sicher. Es ist die Mischung mit intensivem, aber ausgewogenem Aroma, den man als typisch italienisch bezeichnet. Der Espresso Premio wird am besten zubereitet in einer Espressomaschine wie die Satrap Espresso Bar. Unter anderem wegen ihrem integrierten Mahlwerk, wo es erlaubt, den Kaffee immer frisch und genau so zu mahlen, wie es für das berühmte Schäumli notwendig ist. Der Espresso Premio wird übrigens sofort nach dem Rösten aromadicht versiegelt. Und dank dieser Spezialverpackung bleibt er bis zum Verfalldatum absolut frisch. Mit Aromagarantie. Tja, und vom Kaffee zur Schokolade ist es ja nicht weit. Und darum möchte ich die Gelegenheit benutzen und Ihnen ein paar Neuheiten aus der Arni Schokolade vorstellen. Die sorgfältigste Zubereitung und allerbeste Zutaten machen die neuen Arni-Tafeln von hauchzart bis fein schmelzend zum Erlebnis von der feinsten Art. Ihre Feinheit ist so überzeugend, dass man sie auch mit dem neuen Qualitätssiegel Arni Premio auszeichnen konnte. Und weil sie so gut sind, haben sie die Wahl zwischen den Spezialitäten Crème en Fouret, Noisette Fouret und Crème fin. Du hast gehört? Es gibt jetzt eine neue Schokolade bei Cobb. Sie heisst Arni Premio. Mmm. Arni Premio? Hat sie noch. Ich hoffe, dass das Ihnen nicht passiert und dass Sie immer ein paar Tafeln Arni Premio auf Reserven haben. Neuheiten gibt es heute auch von Goldstar. Und zwar zwei neue Glasseruladen, die speziell auf die Festtäge kreiert wurden. Goldstar Glasseruladen gibt es als Chocolat-Banane mit Mandeln und als erfrischendes Sorbet mit Pfirsich-Stückchen. Und sie sind als Höhepunkt vom Festessen bestens geeignet. Falls es bis dann noch etwas übrig hat. Zu einem ganz anderen Thema. Wie Sie wissen, befasst man sich bei Cobb auch mit ökologischen Problemen und versucht unter anderem seit langem, Produkte und Verpackungen mit der Umwelt in Einklang zu bringen. Auch viele Partner von Cobb, sprich Markenartikelhersteller, schaffen nach den gleichen Grundsätzen. Als Beispiel möchte ich Ihnen eine neue Haarspray Pump & Spray von Taft vorstellen, die jetzt bei Cobb erhältlich ist. Der Pump & Spray von Taft ein paar Mal aufpumpen und die Haare wunschgemäss sprühen und formen. Der Sprühstrahl hebt lang an und sprüht mikrofin, nur mit Luft und ohne Treibgas. Pump & Spray ist übrigens auch in einer Nachfüllflasche erhältlich. Sie haben also gerade zwei grosse Vorteile. Ein Haarspray ohne Treibgas, der trotzdem mikrofin sprüht. Und erst noch eine Nachfüllflasche, um Material und Geld zu sparen. Auf eine Wanderbatterie ist auf jeden Fall Verlass, auch in ganz speziellen Situationen. Ah, Himmel, Herr Lutz. Heute kann man sich einfach auf gar nichts mehr verlassen. Wanderbatterien. Man kann sich immer darauf verlassen. Selbstverständlich sind Wanderbatterien schadstofffrei. Das heisst, sie enthalten kein Quecksilber und kein Cadmium. Weniger Verpackung, mehr Wirkung. Nach diesem Prinzip arbeitet man auch bei Siburo. Siburo sollte man auch. Gegen hartnäckigen Schmutz gibt es nur Reismittel. Der neue Allesreiniger von Siburo mit pflanzlichen Rohstoffen. In Nau bringt er Böden, Tisch, Kästen und einfach alles wieder zum Glänzen. Die leeren Flaschen einfach zusammenlegen. Sie hat erst noch 65% weniger Plastik. Siburo, oho! Die Reihe von Beispielen könnte man noch beliebig verlängern. Bei GOP gibt es nämlich über 2500 Produkte, die umweltschonend produziert werden und die die Verpackung die Umwelt so wenig wie möglich belastet. Jetzt kommen noch ein paar Produkte, die ihr Haushaltsbudget entlastet. Zwei Kilo spanische Clementine kosten bei GOP nur 2,90 Euro. Und 500 Gramm Praliné Femina Dantel von Gaillet gibt es für nur 16,50 Euro. Dieser 800 Gramm Block Raclette-Käse gibt es für 1,45 Euro 100 Gramm. Ausserdem offerieren wir Ihnen den tollen Stereo-Radio-Rekorder von Philips für unglaubliche 149 Franken. Und noch eine letzte Aktionsmeldung. Auch Schweinix können wir Ihnen dieses Wochenende zum besonderen Preis, nämlich 20% günstiger anbieten, und zwar jedes Stück von Ihrer Wahl. Mit diesen Aktionsangeboten, ich bin sicher, dass Sie Sie gut brauchen können, sind wir am Schluss vom Inforama. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.